Ein hübsches Gesicht, ein strahlendes Lächeln, wunderschöne Haare, tolle Beine. Den Body von Cathy Hummel bezeichnen viele Frauen als Traumkörper. Doch die 28-Jährige selbst ist ziemlich kritisch. Die ehemalige Miss FC Bayern gesteht, dass sie ihre Füße hasst. Wir finden ihre Füße eigentlich gar nicht so schlimm. Vor allem, wenn man sich anschaut, was andere Stars für Füße haben. Aerosmith-Sänger Steven Tyler sollte auch im Sommer seine Füße lieber hinter geschlossenen Schuhen verstecken. Und auch die sonst so hübsche Angelina Jolie scheint in den vergangenen Jahren leider häufig zu falschem Schuhwerk gegriffen zu haben. Das ehemalige Bond-Girl Halle Berry fällt ebenfalls mit besonderen Füßen auf. Sie hat nämlich gleich sechs Zehen an einem Fuß. Doch die absolute Nummer eins der schrecklichsten Füße hat US-Talkmasterin Oprah Winfrey. So ein Fuß muss schon ordentlich Schmerzen verursachen. Und da kann auch eine schöne Pediküre den Fuß nicht sehr viel schöner werden lassen. Wenn Cathy Hummel diese Bilder sieht, dann kann sie mit ihren Füßen doch ganz zufrieden sein.